Leute, ich hab ein Problem. Und zwar gehe ich gleich mit meinem Kumpel Fabi ins Vabali. Er meinte, man braucht einen Bademantel. Mein Bademantel sieht so aus. Ich sehe aus wie Hugh Hefner. Und ich weiß nicht, ob das angebracht ist. Aber ich werde für viel Stimmung in diesem Vabali-Spa sorgen. So viel ist sicher. Ich freue mich ganz doll. Ich wünsche mir Spaß.